Wie geil das aussieht, Mann! Wie geil das aussieht! Hallo und Jana Klar, hast du wieder eingeschaltet? Keine Ahnung, warum ich heute so hyperaktiv drauf bin, ich schwöre, die einzige Droge, die ich genommen habe, ist Koffein. Meine Insta-Story ist heute zum Schießen. Zum Schießen? Keine Ahnung, aber irgendwie liebe ich Insta-Story in letzter Zeit, ich habe das Gefühl, da kann ich mich richtig ausleben. Ihr könnt gerne mal auf meinem Instagram vorbeischauen, dann seht ihr vielleicht, was ich meine. Und zu meinem Look heute, ich bin weder gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen, noch bin ich eine Biene, noch bin ich Miley Cyrus. Ich habe keine Ahnung, was diese Zöpfe auf meinem Schädel sollen. Ich hatte einfach Lust dazu und ihr fandet es auch witzig auf Insta-Story. Das ist aber heute gar nicht das Thema, ich darf nämlich heute ein sehr cooles Video mit euch machen, was ich schon sehr lange machen wollte. Ich habe mir schon einige Perücken liefern lassen. Wie ihr wisst, ein Grund dafür, warum ich ja meine Haare abschneiden habe lassen, war, dass ich mir besser Perücken aufsetzen kann, dass ich wandlungsfähiger sein kann, dass ich verschiedene Styles ausprobieren kann und so. Und ich habe auch schon einige Perückensammlungen, kommt auch bald, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mir das gerne mit einem Like zeigen. Wenn nicht, dann trotzdem. Eigentlich scheißegal, weil ich das Video sowieso drehe, aber über einen Like freue ich mich trotzdem immer, so wie jeder YouTuber. Ich habe heute hier nämlich eine Perücke zugesendet bekommen von Duna Love Hair. Das ist mittlerweile, glaube ich, meine fünfte Perücke oder so. Und ich dachte, ich mache mal mit euch ein Unboxing, zeige euch, wie ich das immer mache, wenn ich eine bekomme, wie ich die präpariere, dass die zu mir passt. Vielleicht gefällt sie mir auch gar nicht. Ich habe nämlich diesmal eine Echthaar-Perücke in Rot. Das ist sehr extravagant und ich schaue mal, was ich daraus zaubern kann. Wie gesagt, ich habe es von Duna Love Hair bestellt. Ich habe die natürlich zur Verfügung gestellt bekommen, das heißt, ich habe nichts dafür bezahlt. Das ist aber kein Product Placement und ich werde für das Video nicht bezahlt. Ich gebe euch zu 100% meine Meinung wieder, würde ich aber beim Product Placement auch machen. Also, no difference, okay. Das erste, was mir auffällt, ist, dass die Verpackung so bei mir angekommen ist. Finde ich jetzt nicht so mega fancy, obwohl ich eigentlich das Packaging ganz schön fände. Aber ja, da freut man sich, wenn man das so bekommt. Die ist auch schon aufgerissen, aber zum Glück brauche ich die Schachtel sowieso nicht. Also, es ist immer bei einer Duna Love Hair Perücke so eine Bürste mit dabei. Ich habe mittlerweile drei von den Bürsten. Könnte ich mal an Freundinnen verschenken. Das ist so eine extra Bürste, mit der man halt voll gut durch die Haare kommt. Und dann ist da noch die Perücke drin. Ich sehe schon die Farbe. Das ist halt so in den Plastik eingepackt. Die Farbe ist anders, als ich mir das gewünscht hätte. Ich wollte eigentlich so ein helleres Ginger Red, aber vielleicht kann ich das noch, weil es ist eine Echthaar Perücke, vielleicht kann ich das noch ein bisschen rausholen mit Umfärben oder so. Aber ich schaue jetzt mal. Ich schaue jetzt mal rein und packe die mal aus und zeige euch mal, was ich mache. Da ist natürlich auch noch eine Wig Cap mit dabei. Das ist so ein Netz, das man dann über seine Haare stülpt, damit man die niederlegt. Das hier ist eine Echthaar Perücke. Fühlt sich auch sehr weich an. Nur mit der Farbe bin ich halt jetzt gerade nicht so zufrieden. Aber wie gesagt, da schauen wir noch, was wir rausholen können. Und die kommt auch schon gelockt. Kann ich natürlich nachher glätten oder selber so locken, wie ich das gerne hätte. Das hier ist eine Perücke, wo das Lace vorne ist, also dieses Netz hier. Das ist das Netz, auf dem die Haare drauf gemacht wurden. Und das muss man erst zurechtschneiden. Und innen sind dann auch nochmal solche Klammern, mit denen man das dann gut befestigen kann. Also, let's start! Wie präpariere ich eine Perücke, die gerade bei mir angekommen ist, damit sie zu mir passt? Schritt Nummer 1. Ich nehme mir eine Nagelschere und schneide das Lace vorne ab. Das schneide ich am Haarrand. Bitch, focus on it! Thank you! Seht ihr das? Hier an den Haarrand ran geht dieses Lace entlang. Und ich schneide da jetzt ganz nahe am Haaransatz entlang. Weil sonst sieht das nämlich nicht geil aus, okay? Das mache ich jetzt. Ich finde, ich sehe aus wie ein Marienkäfer. So geil, Mann! Concentration! Das ist nämlich ein sehr wichtiger Schritt. Weil bei dem Schritt kann es euch passieren, dass ihr Haare vorne kurz schneidet, die ihr nicht kurz haben wollt. Und dann stehen die so hässlich ab. Deswegen sollte man da sehr mit Bedacht und Vorsicht drangehen. Ich habe übrigens seit Tagen den schrecklichsten Ohrwurm, den es überhaupt gibt. Du wärst, ist das was ich brauch. Gib's mir Tuggie, gib's mir Tuggie, gib's mir Tuggie. Gib's mir Tuggie, gib's mir Tuggie, gib's mir Tuggie. So, ich bin soweit, ich habe das Lace abgeschnitten. Das ist jetzt hier dieser Teil, der war vorne hier dran, ist jetzt weg. Und jetzt bin ich soweit. Jetzt muss ich diese Teile hier runter machen. Schritt Nummer 2, ich setze meine Perückenhaube auf. Wir tun jetzt einfach mal so, als würde ich die Perückenhaube brauchen. Dann setzt man die so auf. Genau so, so setzt man die auf. Ja, ich sehe die Screenshots jetzt schon wieder. Also so, dass die ganzen Haare hier drunter sind. So, ich ihnen nur ein bisschen was vom Linsengulasch dazu geben. Schritt Nummer 3, ich probiere meine Perücke an. Um zu sehen, was ich daran ändern muss. Das Ganze funktioniert so, dass ihr die hintere Klammer hinten als erstes in eure Perückenhaube reinsteckt. Dann macht ihr das gleiche mit den seitlichen Klammern und zieht den Rest einfach nach vorne. Das Ganze sieht natürlich jetzt noch ein bisschen unecht aus, weil ich es noch nicht so gestylt habe, wie es zu mir passt. Und weil sie doch noch sehr glänzt, die gehört doch ein paar Mal noch gewaschen. Wenn ihr jetzt eine Perücke habt, wo ihr einen Übergang irgendwie schaffen könntet zwischen euren echten Haaren und der Perücke, dann könnt ihr auch noch hier Haare echte von euch rauszobbeln und strähnenmäßig die dazu legen. Das bringt aber bei mir nichts, weil ich drunter nicht wirklich Haare habe, also kann ich das nicht machen. Und man könnte auch noch mit Eyeshadow den Ansatz nachmalen. Und man könnte auch noch mit Perückenkleber arbeiten. Ich verwende niemals Perückenkleber. Ich würde dann eher zu... Kennt ihr diesen Sprühkleber, mit dem man Haare stylen kann? Das könnte man hier drunter machen und dann hält das auch die ganze Party Nacht durch. Und ich komme auch schon zum nächsten Schritt. Den richtigen Scheitel finden. Ich finde diesen Scheitel, den ich jetzt habe, gar nicht scheiße. Also der Scheitel passt mir bei der Perücke schon mal ganz gut, aber das Styling ist jetzt nicht so mein Fall. Das werde ich jetzt gleich ändern. Kurzer Ortswechsel zu meinem Schminktisch. Je nachdem, ob die Perücke lang oder kurz ist und was ich damit machen will, nehme ich die Perücke dann entweder ab oder lasse sie auf. Bei einer kurzen Perücke, wenn ich die style, lasse ich sie eher auf. Bei einer langen Perücke mit Locken und Glätten nehme ich sie ab, weil das dann natürlich um einiges einfacher von der Hand geht. Deswegen nehme ich jetzt hier meine Perücke ab und ich werde andere Locken reinmachen als die, die schon drin sind, nämlich gleichmäßigere. Was ich teilweise für Gedanken habe, während ich meine Haare mache. Man hat einfach viel zu viel Zeit, um nachzudenken. Denkt sich Eugen wohl manchmal, ich mach's mit Dagi, mach's mit Dagi, mach's mit Dagi. Ich mach's mit Dagi, mach's mit Dagi, mach's mit Dagi. Warum denken eigentlich so viele Menschen, dass der Euter einer Kuh platzen würde, wenn der Mensch sie nicht melken würde? Eine Frau muss man ja schließlich auch nicht melken. Ich mach's mit Dagi, mach's mit Dagi, mach's mit Dagi. Und ich stelle meinen Namen. Knödel Ihr seht doch bestimmt, dass da oben was absteht. Und genau bei meinem Scheitel oben entsteht so eine kleine Lücke immer. Und genau wegen der werde ich mir wahrscheinlich Perückenkleber kaufen oder das eben so machen mit diesem Sprühkleber. Dass ich mir das ranklebe, weil das sonst immer so absteht und dann merkt man natürlich, dass das eine Perücke ist. Und auch an meinen seitlichen Kopfpartien wär's fast geschickt, das irgendwie festzumachen. So Leute, das ist jetzt das, was ich fürs Erste rausgezaubert hab. Ich hab jetzt hier doch einen Mittelscheitel gemacht, hab das beides zurückgedingst, geklammert und halt Locken. Die sollten noch ein bisschen aushängen. Es sieht noch ein bisschen unecht aus, weil es doch sehr glänzt. Aber nach ein paar Wäschen und wenn ich vielleicht das noch ein bisschen heller hinbekomme, weil ich finde doch, dass das Rot sehr unecht wirkt. Bei mir dauert es aber sehr lang, dass ich dann die endgültige Frisur rausgebunden hab, die ich bei einer Perücke dann auch haben will. Ich hab auch teilweise einfach mal radikal einen Bob geschnitten oder keine Ahnung, Längen total abgeschnitten. Oder auch Dichte aus Perücken rausgenommen und alles mögliche, hab ich alles gemacht. Und ich bin jetzt fürs erste Mal sehr zufrieden mit dem, was ich hier rausgeholt hab für die erste halbe Stunde. Aber ich werd das wahrscheinlich auch noch sehr verändern. Und wenn ihr sehen wollt, wie das dann im Endeffekt aussieht und auch die anderen Perücken sehen wollt und alles mögliche mit dem Ding sehen wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen, weil dort werd ich's wahrscheinlich als erster posten und poste ich auch sehr viele Bilder mal mit anderen Haaren und so Zeug. Der Unterschied zwischen synthetischen Perücken und Echthaar-Perücken, so wie die es hier jetzt ist, ist, dass ihr die nicht nur besser stylen könnt. Also eine synthetische Perücke kann man natürlich auch locken und auch glätten und so, aber das bleibt nicht so lange. Und es geht auch viel schwerer, weil sich synthetische Perücken nicht so leicht durchbürsten lassen und sehr, sehr stark verheddern können. Bei Echthaar-Perücken geht das ganz einfach meiner Meinung nach, ist auch sehr schnell gestylt, halt wie echtes Haar. Und ihr könnt es auch, das ist der riesengroße Vorteil, färben. Echthaar-Perücken lassen sich färben, synthetische Perücken lassen sich kaum bis gar nicht färben. Deswegen mag ich sehr gerne Echthaar-Perücken. Das hier ist jetzt meine zweite. Und ich finde sie ganz cool. Vielleicht gewöhne ich mich auch noch an die Farbe. Bei der Perücke gefällt mir auch der Style mit den aufgemalten Sommersprossen sehr gut, weil mich das auch ein bisschen so an Pipi Langstrumpf erinnert. Und weil die meisten echt rothaarigen Leute auch Sommersprossen haben, soweit ich weiß. Was sagt ihr zu der Perücke? Ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr denkt, wie sie mir steht. Aber ich weiß schon, für Neues sind die meisten hier nicht so zu haben und finden eher immer gewohnte Sachen gut. Aber mal schauen, vielleicht findet ihr die auch ganz gut. Und vielleicht, wer weiß, wer weiß, sehen wir uns ja in einem der nächsten Videos mit roten Haaren wieder. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss zum nächsten Video. Das Video ist jetzt vorbei, drum schaut bei den anderen rein. Abonniert mich auf Twitter und Instagram, dort gibt's bestimmt kein Spam. Nur coole Fotos.